Ich habe meinen Teil der Vertragsbedingungen erfüllt. Jetzt sind Sie dran. Und damit das klar ist, ich bestehe auf meinen Anspruch. Außerdem hauche ich nicht. Are you okay? Yeah, for sure. Then, what are you doing here? Just thinking. About what? Okay, I think I have to say sorry for what happened. I'm sorry. I don't believe you. Come on. Out front is our housewarming party. Your party. Leia, I love you. No. All you love is being a sender of attention. I can't stand this anymore. I'm so tired of being the old one out. So what are you trying to say? I'm gonna go now. Now? During the party? Yeah. Dann macht es mir am meisten Spaß, weil dann kann ich irgendwie loslassen. Und ich bin eh ein... Das war's für so. Und ich bin eh. Dann macht es mir. Ja. Da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020